Ich möchte neben denen, die uns begleitet haben als Trainerinnen und Trainer hier an der Stelle auch noch würdigen, wer uns inspiriert hat. Und das ist über die drei Jahrzehnte nämlich unterschiedlich. Ich habe gerade vorhin von ihm schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der Scharlang ist da dreistisch ganz ziemlich unverändert aus, muss ich sagen. War damals schon recht ähnlich. Robert Diels im NLP, unser Mentor, mein Coach-Vorbild, mein Vorbild in der Haltung, wie man mit Menschen arbeitet. Gerade in der Zeit, wo es mit dem NLP so um die Frage ging, ist das jetzt manipulativ oder was ist das eigentlich, was die da machen, hat Robert Diels von Anfang an eine ethische Haltung vertreten, die darin besteht, Menschen Türen zu öffnen, in die sie dann, durch die sie durchgehen können, statt sie zu zerren und zu ziehen und irgendwo hinzuschieben oder manipulieren. Und als solches hat Robert uns geprägt, Klaus und mich, und hat deswegen euch, die Practitioner, Master oder andere NLP-Seminare im Inhalt besucht haben, uns die Herr hat auch geprägt. Tut's noch, Robert Diels ist ja auch nach wie vor noch aktiv und kann man sie empfehlen. Wer auch noch sehr aktiv ist und wer uns in der zweiten Bekade geprägt hat, ist dieser nette Mensch. Matthias Wager von Kiewitz, ein Genie der ganz besonderen Art, ein Meister der Systemik, ein Meister der Worte, ein Meister der Zusammenhänge und mit ihm haben wir die systemische Reihe im Infall begründet, hat Matthias zum Teil selber die Trainings bei uns gehalten und hat dazu beigetragen, dass Systemik und NLP zusammengewachsen ist und das war das zweite Standbein, mit dem wir im Infall jetzt noch stehen. Und schließlich, da habe ich jetzt lange überlegt, wen packe ich jetzt auf diese Folie für das dritte. Da könnte ich jetzt ungefähr wahrscheinlich 10 bis 20 bis 30 Menschen draufpacken, nämlich für die positive Psychologie. Ich habe mich entschieden, Barbara Fredrickson als Symbolfigur draufzusetzen, nicht den Robert Bispastina, den ich auch hätte nennen können oder andere bekannte Forscher aus der PP, weil Fredrickson hat mich persönlich, glaube ich, am größten geprägt. Die positive Psychologie habe ich seit ungefähr 2008 ins Institut gebracht. Und was mich ganz persönlich, jetzt kann ich mal so sehr in einer fachlichen, sondern in einer sehr persönlichen Art und Weise berührt hat und immer noch berührt, ich habe in einer der ersten Keynotes, die ich von ihr gehört hatte, von ihr den Satz gehört, also ich treffe meine Entscheidungen danach, ob sie die positiven Emotionen vermehren oder nicht. Und dann saß ich da als Teilhörerin im Audimarkt von irgendeiner Uni, ich weiß im Moment gerade nicht, meine Vision ist egal, und saß dafür doch wirklich. Geht das? Kann man seine Entscheidungen treffen oder basieren auf positiven Emotionen? Weil wie vielleicht viele von euch, bin auch ich eher aufgewachsen mit anderen Grundlagen für Entscheidungen, die man anlegt als positive Gefühle. Und das war so eine Frage, die ich seit 2008 mitgenommen habe und die jetzt darin ihren für mich persönlichen, nicht Abschluss, sondern eher Höhepunkt findet, dass ich, wenn ich jetzt gefragt werde, worum geht es eigentlich im Korting, dass meine Antwort immer ist, es geht um Emotionen. Es geht um Menschen zu unterstützen, dabei positive Emotionen zu erleben, und zwar mehr davon und regelmäßig, um mit den anderen Emotionen, die auch da sind, gut umgehen und gut fängen zu können. Und deswegen ist bei Wixen auf dieser Bühne. Wixen auf dieser Bühne.